Mit Kupferkabel, oder? Ja, aber macht die Isolierung doppelt. Tun auch so. Doppel-Isolierung gibt's, glaube ich, nur bei Gold. Ja, bei Kupfer sogar viermal. So, also ich hab ne Pumpe. Ich hab ne... Oh, zwei davon. ... ... Wohin muss denn jetzt... Achso, das Ding kriegt da grad keine Energie... Ah, Scheiße. also das kriegt ja auch keine energie ja doch das müsste doch eigentlich energie bekommen ich muss jetzt mach ich das kurz einfach Holz brauche ich Holz habe ich nicht 1,2,3 1,2,3,4 zwei Kabel so wo stelle ich die zum der Aufgang hier ist derbe scheiße was sagt mir das jetzt rotisch Ausgang wahrscheinlich oder ich kann aber da nicht nix reintun wie kann ich den aufladen hey die gefackt nochmal so ja das Wort auf jeden Fall in der Spatbox hat ja nur Low Voltage und das Wort auf jeden Fall MFA-Unit gibt es nicht gibt es wahrscheinlich nur im richtigen Tag ich bin auf der Tag-It-Light-Wiki deshalb MFSU-Unit gibt es aber das ist äh pfff oder Charging Bench Charging Bench WTF was brauchen wir denn da für alles alter ah Gott ach das war die Rotze dann wie funktioniert die it can also be used as a RE-Bat ich habe nämlich gerade aus Versehen den Ender-Tank hier hingesetzt 1 Silver und 4 Nikolai ach jetzt habe ich die lalala ok ups 1 Silver so da hin nein so bitte so nochmal gucken das habe ich obsidian habe ich wie baut man die Rotze ok ok ich verbrauche gerade ein bisschen Diamanten habe ich das Gefühl was passiert Paddy hat doch so eine Säge ok eine Diamond Horso ja ist klar mach uns halt arm mit dir was na alter jetzt muss ich ein Block auf Diamond Moment so wenn ich da sitze ich sehe kommt 2 oh und die Säge ist weg ist klar alter ja die äh klappen auch ja ist klar ist klar ist klar ja wie reich an dir soll man hier eigentlich sein in dem Spiel ja das ist wenn du später Juju matter oder so ja ok dann so was brauche ich noch alles ich brauche den Pipes ja 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 aber ist egal und dann gehe ich jetzt gleich mal in den Nähtau und besorge uns um einen unendlichen namer Vorrat nahe zu so Sophia Diamond Queen Sophia Ruby Sophia was haben wir denn am meisten mit hier ja dann bin ich mal gestern recht stimmt nicht ja ja jetzt pass auf dann brauche ich ein block auf allen habe ich genau noch ich weiß ich da mal ein bisschen was raus und braucht noch ein bisschen reisen und so die benutzen wir gleich setzen das dahin setzen das dahin müssen ja noch eine kraften so und dann wollen wir 16 den stück das kleine ding nochmals zersägt yeah oh go go so go